Und zwar mich hat getrieben, dass ich es bei einigen Sachen nicht geschafft habe, konkret Buslinien in Wuppertal, die gewartet zu halten in hoher Qualität und da Dinge rückgängig zu machen, wenn Leute Edits gemacht haben, die Dinge beschädigt haben. Ich habe mir deswegen mal Gedanken gemacht, wie könnte man die Overpass-API so weit aufrüsten, dass sie einem dabei hilft. Die Abgrenzung zu Friedrich, wie Friedrich schon gesagt hat, Friedrich kümmert sich meistens um die ganzen Change-Sets, die man quasi komplett wieder rausschmeißen will. Und ich mich jetzt eher um die Details. Und da mache ich mir jetzt mal ein paar Gedanken drüber. Erstmal noch ein bisschen, was bei Change-Sets alles noch schief gehen kann. Da hat Friedrich glücklicherweise schon viel von abgearbeitet. Dann, was auch ohne Change-Sets so alles schief gehen kann, worauf man achten muss. Und da er einen komplett anderen Ansatz hat, zurzeit den Arbeitstitel Busmobs, Basic OSM Editing Operations, kriegt bestimmt noch einen schöneren Titel. So, und danach will ich dann, wenn Zeit bleibt, noch ein bisschen was dazu sagen, was die nächste Version von der Overpass-API dann können wird und einen Prototyp vorstellen. Ich habe es mal Website für Mutige genannt. Es ist mit Sicherheit eine Website, die mal wieder den Negativpreis für UI-Design gewinnen könnte. Und Leute sind herzlich dazu eingeladen, da was Brauchbares zu gestalten. Gut, aber erstmal zu den Change-Sets-Kommentaren. Hatte Friedrich ja schon mal gesagt, die können sehr stark irreführen. Das sind jetzt mal die Liste ausgesucht bösartiger Kommentare von eben dieser Website hier, wo Sie mit dem Thema, das sollte ich wirklich schreiben, in die Change-Sets rein befassen. Aber auch ohne die Change-Sets-Kommentare. Es können eben verschiedene Änderungen gemischt werden. Das ist zum Beispiel was, was eigentlich ja sehr schön harmlos aussieht. Gut, derjenige war offenbar ein Anfänger. Ich meine, die Not wird uns nicht viel helfen, wenn da nur der Name drin steht. Und ja, ein Nachweis dafür, dass noch Leute auch ohne Josem arbeiten. Denn er hat aber die auf eine ganz, ganz böse Funktion erwischt. Und die Stadt Bad Kreuznach ist kreisrund geworden. Das ist ein Nuke-Button, der vielleicht in den USA für irgendwelche Edit-Szenarien Sinn ergibt. In Europa ist es irgendwie was, wenn man die falsche Kassen-Tasten-Kombination erwischt, dann macht man irgendwas kaputt. Gibt es im Forum genug Gefluche drüber. Und das Problem dabei ist jetzt folgendes. Da steckt also dieser eine halbwegs sinnvolle Edit drin. Und der wird überlagert von diesem Riesen-Edit. Und was man natürlich gemacht hat, ist das Ding komplett rückgängig zu machen, weil es sieht fürchterlich aus, wollen wir sofort wieder loswerden. Und dann ist dieser eine kleine Edit verloren gegangen. Weil den hat man da gar nicht gefunden. Nicht mal so sehr, weil die Leute bösartig waren oder weil sie es schnell erledigt haben sollten, sondern weil es einfach nicht möglich ist, mit den Tools in diesem ganzen Riesen-Summs-Edit zu finden, dass hier irgendwo in der Ecke tatsächlich jemand hoffnungs- oder jemand absichtlich sinnvollerweise einen Namen Umantiag eintragen wollte, was auch immer das ist. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat derjenige auch nicht weiter editiert. Das heißt also im Prinzip, da hat man jemanden mit, wir reparieren es schnell, dann einen Mapper verloren und auch einen, gut, in dem Fall nicht so sinnvollen Eintrag verloren. Aber man kann sich vorstellen, dass es andere Szenarien gibt, wo Leute versehentlich Dinge mit ändern, vielleicht nicht so schwerwiegend. Aber wo man dann eben, wie jetzt zum Beispiel in Wuppertal passiert ist, eine Kreuzung schön im Detail mappen möchte und dabei nebenbei die Buslinien zerfleddert. Wenn ich da den Nuke-Button drücke, um die Buslinien wieder herzustellen, um die Arbeit leicht zu machen, dann sind die Leute natürlich zu Recht verärgert. Und deswegen die Frage, wie können andere Konzepte aussehen, dass man sowas feingranular halbwegs automatisiert hinkriegt. Weil als Handarbeit ist es auf Dauer eine Strafarbeit. So, deswegen gibt es in einem ersten Schritt erstmal, da will ich mich jetzt darauf beschränken, wie immer. Man hat hier ihre Ziele und schafft dann nur den ersten Schritt, mal Änderungen genauer anzuzeigen. Und dann sieht man, dass, wenn man versucht, Änderungen anzuzeigen mit Geometrie, dass die großen Objekte dominieren. Das ist ja auch schon ein Problem, was wir sonst haben, wenn man jetzt in die Historie schaut, von den normalen History-Tab, wo alle Leute mal sagen, stört mich, dass da ganz viele Changes drin sind, wo gar keine relevanten Änderungen drin sind. Und dann denkt man, würde ja besser werden, wenn man sozusagen nur noch die Changesets sieht, die in der konkreten Bounding-Box Änderungen haben. Ist aber nicht so. Zumindest für Bonn habe ich das mal ausprobiert. Weil in Bonn einfach unglaublich viele Edits dieser Art drin hängen. Das kann man jetzt leider knapp nicht mehr lesen. Das ist Relation, BlaBla, Regionalbahnlinie von Bonn nach Duisburg, hat in Duisburg ein neues Stellwerk bekommen. Relation, gut, den Rhein hat es heute mal nicht erwischt, aber die Bundesstraße hat irgendwo, die B9 hat irgendwo in einem anderen Teil der Republik einen Weg geteilt bekommen. Und all solche Sachen. Und warum ist es so, dass man also dieses Problem mit den großen Objekten nicht los wird? Dazu machen wir mal eine kleine, ganz triviale Anleihe an die Komplexitätstheorie aus der Informatik. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben ein Objekt, das ersetzt wird durch ein, wir vergleichen jetzt mal zwei Objekte. Das eine ist klein, das andere ist zehnmal so groß. Dann kann man erwarten, dass das auch zehnmal so oft Änderungsbedarf hat, weil irgendwo ein Notgeräusch geschoben wird oder irgendwie ein Weg geteilt werden muss, weil sich ein anderes Attribut ändert. So, okay, wird also zehnmal mehr Versionen haben. Ist schon beeindruckend, wird im Wesentlichen dadurch gestützt, dass es Relationen gibt, die mittlerweile locker vierstellige Versionszahlen haben. Und jetzt kommt aber das Fiese, weil diese Version nämlich auch an zehnmal mehr Orten erscheint. Das Ding hat ja eine größere räumliche Ausdehnung. Heißt das, das Objekt erscheint hundertmal öfter. Das heißt also, in der Komplexitätstheorie sagt man im Prinzip, es hat Komplexität x Quadrat. Das ist jetzt weit von ordentlicher Wissenschaft entfernt, deswegen habe ich es auch nur so schlampig hingeschrieben. Aber es schärft den Blick für das Problem. Das Problem ist also, diese großen Objekte sind, weil sie, oder diese Größe, schlägt eben nicht nur linear, sondern sie schlägt quadratisch rein. Das heißt also, es ist zu erwarten, dass ein großes Objekt seinem Wesen nach verheerend ist. Nicht, weil die Leute damit nachlässig umgehen, sondern es ist einfach von seinem Wesen nach schlimm. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, wir haben vielleicht so ein paar Großobjekte, die wir dulden. Und dann schauen wir mal an die Datenbank und stellen fest, okay, Staatsgrenzen wollen wir haben. Lange Diskussion. Flusssystem ist vielleicht auch noch ganz hübsch. Und dann entdeckt man Fernstraßen. Und dann entdeckt man Eisenbahnlinien. Und dann entdeckt man TMC-Relationen. Dann entdeckt man Landjus. Dann entdeckt man so eine Region wie das Bergische Land, von dem wir ja eigentlich auch gerne drin haben. Und Stolpersteinrelationen, die sind glücklicherweise dabei, wieder um rauszugehen. Fernbuslinien sind neu dazugekommen. Muss man ja im OSM darauf reagieren. Da tut man also auch rein. Gerade wegen der NRW, blablabla, gibt es einfach viel zu viele. Das ist ein Problem. So, wir sind bei OSM. Wir werden jetzt nicht durchgehen und Leuten ihre Objekte weglöschen. Aus gutem Grund. Denn auch das sind meistens Leute, die solche großen Objekte erstellen, sind oft Leute, die durchaus zu produktiven und hilfreichen Edits in der Lage sind. Das heißt also, den Leuten mit einem Vorschlaghammer vor den Kopf, also erst auf die Relation und dann vor den Kopf zu hauen, wir wollen die großen Objekte nicht loswerden, ist keine Lösung. Deswegen müssen wir also mit der Software die Klimmzüge machen, um mit diesen großen Objekten umzugehen. Der konzeptionelle Ansatz, oder nein, soweit bin ich noch gar nicht, deswegen erstmal noch das nächste Problem, nämlich im Gegensatz von Nodes und Ways. Wir wollen jetzt mal, oder wir schauen uns das mal an, jemand hat in einem Change Set im Wesentlichen diese eine Node hier verändert, von der Position her. Das ist das, was ich jetzt meinte mit, springt von der roten Position auf die grüne Position. Dann stellen wir fest, es gibt vom Way überhaupt keine neue Version. Das heißt also, in dem zugehörigen Diff-File taucht der Way überhaupt nicht auf. Wir sehen nur, dass sich eine Node verschoben hat. Es geht sogar noch schlimmer, wenn ich jetzt eigentlich eine Boundingbox beobachten möchte, was jetzt, ich sage mal, kein abwegiges Szenario ist, sondern ein Feldwald-Wiesen-Szenario, dann kann das passieren, der Weg lag vorher draußen, irgendjemand hat eine Node angefasst und in die Boundingbox verschoben und schwupps ist auf einmal auch der Weg drin. Man kann das sogar noch steigern, man kann sogar den Weg auch hier noch irgendwie so geschickt konstruieren, dass es reicht, eine Node von außerhalb nach außerhalb zu verschieben, damit der Weg auf einmal neu die Boundingbox kreuzt. Gut, wie gehen wir mit dem ganzen Summs um? Gut, wir stellen erst mal fest, Change-Sets sind einfach nicht die richtige Granularität. Sie sind einfach zu grob, um wirklich die Chance zu haben, mit automatischen Tools oder mit halbautomatischen Tools bequemen Edits wieder auseinanderdröseln zu können, weil dafür sind die Change-Sets einfach zu grob. Das liegt nicht nur allein am Konzept der Change-Sets, sondern es liegt eben auch weiter drin, dass wir, wie wir schon gesehen haben, im Grunde genommen auch der Way oder die Relation, die nur auf andere Objekte für die Geometrie verweisen, ist auch schon zu grob, um wirklich Änderungen der Geometrie aufzuzeichnen. Wir haben gerade gesehen, es gibt eine Änderung an der Geometrie vom Weg, wo überhaupt nicht der Weg im Diff-File auftaucht. So, deswegen ein anderer Ansatz, um solche feingranularen Sachen halbwegs automatisiert auflösen zu können. Ich kriege jetzt als Arbeitstitel an diese vier Basic OSM Editing Operations. Damit man es aussprechen kann, heißt es BOSMOP. Das kann bestimmt noch einen besseren Namen kriegen. Und das wäre im Wesentlichen das Löschen eines Objektes. Sehen wir hier genau genommen sogar das Löschen von elf Objekten, denn ich habe hier einmal diese zwei Wege und eben die Nodes, die dann konsequenterweise auch gelöscht worden sind. Das Anlegen eines Objektes. Das Ändern der Geometrie eines Objektes. Oder eben das Ändern der Tags eines Objektes. Und behaupten wir mal, wenn wir auf der granularen Ebene nachdenken, dann können wir erstmal sagen, es ist trivial, das ist das, was wir in den Diff-Files drinstehen haben. Der wesentliche Witz steckt eigentlich in diesen beiden Operationen. Das Löschen und Einfügen haben wir tatsächlich in den Diff-Files relativ explizit drinstehen. Aber im Prinzip, sich anzuschauen, oder die Tag-Änderungen einzeln zu vergleichen, ist ein Bequemlichkeitsgewinn. Und das halte ich einfach für essentiell, dass man sagt, so schön ich dieses Modell finde, die Geometrie nur in den Nutz zu haben und mit den übergeordneten Geometrien darauf zu verweisen, es ist einfach nicht praktikabel für so etwas wie Änderungsverfolgung. Weswegen ich einfach stark dafür plädiere, dass man jetzt Wege und Relationen schon explizit mit ihrer Geometrie denkt. So, darauf aufbauend. Und im Prinzip die Idee wäre jetzt darauf aufbauend, wenn man sagt, man hat sich einmal auf diese Basic-Operationen eingelassen, die weit unterhalb eines Change-Sets liegen, muss man natürlich mit den ganzen Dingen, die man eigentlich praktisch machen würde, erst darauf aufbauen. Zum Beispiel, wir haben gesehen, da wurden eigentlich zwei Wege gelöscht. Da möchten wir eigentlich zwei Wegelöschungen sehen. Da möchten wir nicht elf Löschungen sehen, von denen zwei Wege und neun ansonsten nicht bedeutende Not sind. Wir würden gerne erkennen, wenn jemand die Objekt-ID einfach nur wechselt. Hört sich jetzt erstmal idiotisch an. Das kam irgendwie mal so als abstraktes Argument mit, niemand soll die ID fest verlinken, weil es kann ja mal sein, dass sich eine Objekt-ID ändert. Aber das kommt tatsächlich gelegentlich vor. Also ich habe jetzt tatsächlich beim Experimentieren ein paar Change-Sets gefunden, in denen Leute Objekt-IDs gewechselt haben. Man kann das auch im Prinzip, in Josem hat man so ein paar Arbeitsabläufe, wenn man Wege spaltet und Nodes anders verteilt, wo es ziemlich kanonisch ist, dass man am Ende das gleiche Objekt mit einer anderen ID hochlädt, wenn ich Wege splitte und danach ungeschickt wieder vereinige. Und Edith thematisch zu gruppieren, wäre natürlich auch sehr schön. Die Routing-Wirkung ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich umgebrochen, aber egal. Das wäre jetzt mal ein Ansatz, wie ich sagen würde, was möglicherweise ein interessanteres Gruppieren als das Change-Set wäre, wie Sie sich anzugucken, wie ist eigentlich die globale Auswirkung von einer Änderung. Das heißt also zum Beispiel, ich kann relativ böse die Qualität der OSM-Daten verringern, wenn ich einfach mir jede hundertste Noten nehme, die in dem Weg liegt, verdopple und sozusagen die Konnektivität in dem Weg zerstöre. Das hätte ziemlich verheerende Wirkungen. Das kann auch unabsichtlich passieren, weswegen es interessant wäre, sich sowas anzugucken. Oder sich anzugucken mit, haben wir noch eine Konsistenz bei den Flächendecken? Irgendwas, was die, zum Beispiel sowas wie Staatsgrenzen, müsste ja eigentlich die Erde, die Oberfläche bis auf die Meere flächendeckend abdecken. Dann könnte man feststellen, wenn es da Konsistenzprobleme gibt, weil es auf einmal Gebiete gibt, die zu keinem oder mehreren Staaten gehören. Weswegen ich jetzt auch gleich dazu kommen kann, was jetzt demnächst kommt mit der nächsten Overpass-API-Version, um all diese Probleme anzugehen, nicht komplett zu lösen, anzugehen. Es gibt einen Testbetrieb der nächsten Version. Das ist hier die API-0750-Interpreter. Die URL ist nicht als dauerhaft angedacht. Wenn dann einmal das Ding stabil läuft, dann werde ich sicherlich wieder auf normal diese URL-API-Slash-Interpreter umstellen. Der Grund dafür, dass das momentan noch nur im Testbetrieb läuft, ist, etliches funktioniert. Im Wesentlichen die Standardoperationen mit Boundingboxen zu arbeiten, aber all die schönen zusätzlichen Kommandos funktionieren noch nicht. Sowas wie Around-the-Area-Query-Areas überhaupt. Was natürlich besonders ärgerlich ist, dass Newer und User jetzt noch nicht funktionieren. Aber ich bin dran, das zu machen. Ich muss nur erstmal die Sachen wirklich runterarbeiten. Und die Polygon-Query wäre auch nett zu haben. Und dann haben, und dann kommen wir jetzt zu den eigentlichen Neuerungen. Das ist nämlich, man kann jetzt die, oder die Overpass-API wird jetzt, oder kann jetzt eine Zeitlinie liefern. Und zwar, ich kann ihr jetzt sagen, bei diesem Prototyp, ich möchte gerne den Stand, wie er zum Beispiel an Heiligabend nachmittags ausgesehen hat. Das heißt also zum Beispiel jetzt das Szenario, das Friedrich vorhin beschrieben hat, mit, da war doch mal was, da war doch mal eine Straße mit dem XY-Namen. Die kann ich jetzt mit, wenn ich relativ sicher bin, dass die vor einem halben Jahr da war, dann kann ich einfach mal gucken, wie sah denn vor einem halben Jahr das aus. Dann kann ich zum Beispiel nach der XY-Straße von vor einem halben Jahr suchen. Dann kann man sich auch gleich die Differenz zum aktuellen Stand anzeigen lassen. Das ist die Idee, damit einfach ein Diff-Tool zu bauen, mit dem ich dann konkrete Änderungen nachverfolgen kann. Zum Beispiel, wenn mich interessieren Stolpersteine in Bonn, dann könnte ich damit verfolgen, welche Änderungen gibt es an Stolpersteinen in Bonn und bin nicht damit konfrontiert, Änderungen an Bahnlinien, die durch Bonn führen, zu sehen, weil ich dann wirklich nur noch sehe, was sich an Stolpersteinen tut. Und das gibt es aus Bequemlichkeitsgründen auch gleich für zwei verschiedene Zeiträume, wenn ich eben, gut, das ist offensichtlich, was es tut, um eben, was ich eigentlich nicht vorhatte, aber beim Versuch, das Zeug zum Laufen zu kriegen, eben unweigerlich darüber gestolpert bin. Es ist einfach enorm hilfreich, die Geometrie zu haben. Weshalb es jetzt dieses, oder damit es für den Nutzer, Benutzer, oder damit es für euch Nutzer auch wirklich schön wird, gibt es eben, oder kann die jetzt explizit auch ausgegeben werden, out geom, würde bei Nodes überhaupt nichts tun, okay, nicht so spannend. Bei wegen würde dieser Zusatz geom dafür sorgen, dass jetzt neu Latitude und Longitude direkt mit dem NDS ausgegeben werden. Das hat den Vorteil, dass man gar nicht mehr auf die einzelnen Nodes Bezug nehmen muss. Da ist also genau die Geometrie dran. Und bei Relationen entsprechend, da würde ich dann in die Nodes reingehen und in die Base reingehen. Relationen würde ich ignorieren. Das ist ehrlich gesagt eine harte politische Entscheidung. Es ist, also eine technisch-politische Entscheidung. Es ist enorm schwierig, mit verschachtelten Relationen technisch sauber umzugehen. Man könnte das machen, aber ich würde ungefähr in 600 Stunden Arbeit, was, weil es ein Freizeitprojekt ist, im ganzen Jahr Arbeit entspricht, darauf verwenden müssen, das mit Relationen, mit verschachtelten Relationen ordentlich zu lösen. Und in der gleichen Zeit kann ich auch vielleicht für ein sinnvolles Ando-Tool sorgen. Deswegen habe ich gesagt, mit, ich unterstütze es erstmal nicht, es sei denn, da kommt jemand in die Ecke und schreit mit, hier, ich bin dabei, Datenbanken so in Tiefe zu analysieren, dass man da genug Abkürzungen einbauen kann, dass es Sinn ergibt. Deswegen werde ich mich einfach dagegen sperren, zu sagen, wir lösen Relationen tiefer auf, als über die direkten Node- und Waymember. Und was sich auch als nützlich erwiesen hat, ist die Geometrie auf eine bestimmte Boundingbox einzuschränken. Das ist genau das, was ich eben für dieses Tool, oder was dann genau für das Tool nützlich ist, wenn ich sagen will, ich will mir die Änderung in einer bestimmten Boundingbox anschauen, dann kann es sehr, sehr lange dauern, wenn ich da eine große Relation habe, stelle ich eben dieses Szenario vor mit, da hat zum Beispiel jemand den Reihen angefasst, wenn wir eigentlich nur dieses Stück Bonnen-Innenstadt anschauen, dann müsste ich ja, wenn die Geometrie mal komplett ausgegeben würde, die komplette Geometrie von der Grenze zu den Niederlanden bis zum Rheinfall in Schaffhausen bzw. bis zum Bodensee komplett mal eben reinladen, was deutlich mehr ist als der kleine Innenstadtbereich von Bonn, weswegen sich das Feature als in der Praxis sehr nützlich erwiesen hat. So, da kann ich jetzt auch schon fast schließen, es gibt die Webseite für Mutige, nämlich den Erprobungs- ich nenne es mal Erprobungsträger in bestem alten Bahndeutsch, das ist noch keine Beta-Version, es ist nicht weit genug für eine Beta-Version, es wäre in gewissem Sprech wäre es eine Alpha-Version, aber der Begriff Alpha-Version halte ich für nicht so gängig, weswegen ich jetzt diesen etwas älteren Begriff Erprobungsträger gewählt habe. Es sollte funktionieren, es ist super lahmarschig, kann ich nicht ändern, hoffe ich noch was daran tun zu können, ich habe noch zwei Maßnahmen im Hinterkopf, um das schneller zu kriegen, das eine ist nochmal eine Änderung am Datenbankschema vorzunehmen, die hoffentlich die Zeit hier ungefähr um den Faktor 2 bis 4 senkt und die andere wäre auf bessere Hardware umzusteigen, was hoffentlich ebenfalls nochmal einen Faktor 3 bis 10 bringen könnte und dann sind wir natürlich wieder hier bei sehr, sehr erträglichen Zeiten. Also aktuell, trotzdem leite ich natürlich dazu ein, mit der Seite einfach mal ein bisschen rumzuspielen, sich Zeit zu lassen beim Warten auf die Antworten. Ich würde momentan kleine Zoomstufen empfehlen, prinzipiell funktioniert es auch für größere Zoomstufen, nur ist es so, wenn man das für größere Zoomstufen macht, dann hat man gewisse Chancen auch einfach den Browser zum Absturz zu kriegen. Ist was, was ein gutes UI lösen würde, ist was, wo ich aber gesagt habe, im Hinblick darauf, dass hier eben noch echt viel zu tun ist und ich außerdem mit diesem UI schon glücklich bin, würde mich einfach freuen, wenn jemand schafft, da ein besseres UI zu gestalten, damit sozusagen das dann auch wieder bequem benutzbar wird. Das Wunder hat schon mal geklappt, also ich bin für die Overpass Turbo, die nicht von mir ist, sondern von Martin Reifer echt dankbar, weil es hat die Sache nämlich echt benutzbar gemacht, nur ich kriege sowas nicht hin, weil ich nämlich einfach mit meinem, ja dann doch sehr technisch-mathematisch geprägten Gehören einfach mit dem hier schon glücklich bin. So. Und weil wir jetzt ganz gut durch sind, werde ich mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir live einfach mal den aufmachen, aber den kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht hier doch, der spiegelt hier drauf, oder? Nein, der erscheint hier nicht. Zwei Bildschirme. Okay. Du musst das in das Fenster oder gut sehen. Gut. Okay. Das kriege ich, glaube ich, jetzt nicht hin. Dann lassen wir das. Gut. Kommen wir zum Vortrag zurück. Genau. Gibt es denn soweit noch Fragen? Ja, erstmal will ich sagen, recht vielen Dank für den interessanten Vortrag, Roland. So, und dann sehe ich Wortmeldungen, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass wir immer ins Mikrofon reinsprechen müssen, auch wenn wir hier nicht über die Anlage gehen, damit das in Aufzeichnungen dann auch wirklich gehört wird. Danke. Gibt es einen Grund, warum du die Lat-Long-Koordinaten direkt in die ND-Tags reinpackst und nicht, wie es typischerweise ist, einfach dann nochmal Node-Elemente hinzufügst? Weil das ja quasi eine Sache ist, mit der andere Tools ja dann schon umgehen können. Ja, also der Grund dafür ist, wenn ich ein Node-Element liefern würde, würde ich das ja ohne die Tags anliefern, die möglicherweise im Node dran sind. Das heißt, ich würde dann fehlerhafte Daten liefern, die aber nicht als fehlerhafte Daten zu erkennen sind. Das ist natürlich jetzt einmal ein bisschen Arbeit für die Tool-Leute, wobei so anstrengend ist es jetzt auch nicht, ob ich jetzt mit einem Mixed-Pass-Zugriff auf ein ND oder auf ein Node-Element gehe. Und einige Leute haben sich das sogar explizit gewünscht, dass sie die Letlons direkt in den Wegen kriegen, weil sie dann im Prinzip oder weil es für die mit den Tools einfacher ist, als nachzuhalten, wo die ID in einem anderen Kontext wieder auftaucht. Also so habe ich ja sozusagen die Letlons direkt dran stehen. Das heißt, also ich kann über den XML-Pfad, komme ich direkt dran. Sonst müsste ich mir ja merken, welche ID ich hier finde von der, also welche ID ich als Referenz im ND finde und die nachschlagen in der Node, die irgendwo anders steht. Und dritter Grund, warum muss man das nicht so machen, man kann es ja nach wie vor auf dem Wege bekommen. Man kann ja einfach mit dem Recurse-Down könnte man sich ja einfach die zugehörigen Nodes explizit besorgen. Es wäre auch nicht mal viel langsamer. Okay, weitere Fragen? Für die Undo-Problematik, wäre es da für die Leute, die die Daten editieren sinnvoll, wenn die ihre Change-Sets gleich schon semantisch aufteilen, statt alles in einem großen Wisch hochzuladen oder ist das vergebene Liebesmüh? Das halte ich generell für sinnvoll, weil, wie schon gesagt, auch bei Friedrichs Methode würde das ja das Revertieren enorm erleichtern, wenn man das semantisch aufteilt. Das ist absolut sinnvoll. Das ist nur eben mit den Grenzen. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, zum Beispiel derjenige, der unglückliche Hochlader von diesem Umantiag, der hat gar nicht gemerkt, dass er da noch einen ganzen Summs an Sachen drangehangen hat. Also ich glaube, das ist tatsächlich auf der Editor-Seite sehr schwierig zu erzwingen, Software-seitig, dass die Leute semantisch aufteilen. Das heißt, da ist man auf den Goodwill der Benutzer angewiesen. Das Tool muss ja mit allem umgehen können, was ankommt. Deswegen ist es aus Benutzer-Sicht sehr sinnvoll, erleichtert anderen Leuten nachzuverfolgen, was eigentlich passiert. Aber die Tools können sich nicht darauf verlassen, weil man muss auch mit den anderen Fällen umgehen.